Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Doch bevor wir starten, ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo mit Detailanalysen zu CrowdStrike, Block und Canopy Growth. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video direkt im Wirtschaftskalender und wie jeden Freitag gibt es erstmal einen kleinen Wochenrückblick, vor allen Dingen was die Wirtschaftsdaten angeht, einen kleinen Wochenausblick auf die kommende Woche und dann natürlich in erster Linie Chartanalyse. Wir sehen heute wilde Bewegungen, vor allen Dingen bei allem was, ich sag jetzt mal Risk On angeht. Krypto ist heute stark, vor allen Dingen auch die Nebenwerte der Russell 2000 sind heute sehr sehr stark, all das schauen wir uns gleich bei der Chartanalyse an. Zuvor gehen wir hier mal rein und die Woche begann mit dem Ende der goldenen Woche in China und auch gleich einem herben Abverkauf, nachdem die Rallye zuvor ja im Hang Seng Index sehr sehr extrem war. Auch das schauen wir uns heute bei der Chartanalyse an wie der Hang Seng Index aktuell darstellt. Am Mittwoch gab es dann das FOMC-Sitzungsprotokoll der letzten FED-Sitzung. Es war relativ überschaubar die Woche, was die Wirtschaftsdaten angeht. Gestern gab es dann die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten, die sind leicht über der Prognose reingekommen, aber haben sich vor allen Dingen bei der Headline-Inflation in erster Linie hier durch stark fallende Energiekosten zum Vormonat etwas nochmal entschleunigen können. Im Vormonat gab es die Headline bei 2,5%. Diesen Monat, gestern gab es die Headline bei 2,4%. Auf Monatssicht sind wir genau auf Vormonatsniveau in der Kernrate. 0,3%, da brauchen wir auch nicht drüber reden, wenn sich das fortsetzen sollte, das ist zu hoch. 0,3 mal 12, da reden wir von etwa 3,6%. Kernrate, das ist wichtig. Deswegen hatte der Markt auch die Prognose gesetzt bei 0,2%, weil wir eben auch gerade ohne Lebensmittel und ohne Energie durchaus sehen müssen, dass wir nicht wieder in eine inflationäre Phase reingehen. Die Headline kam genau im Rahmen rein mit 0,2%, leicht über der Prognose, aber dort ging der Markt auch nur, muss man sagen, von 0,1% aus. Gestern gab es auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die sind leicht über der Prognose reingekommen mit 258.000 neu gemeldeten Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Aber das ist ein wöchentlicher Datenpunkt und da müssen wir jetzt erstmal schauen, ob das wirklich der Beginn ist von einem neuen Aufwärtstrend oder jetzt nur ein einmaliger, ich sag mal, Ausrutscher. Heute gab es dann auch nochmal wichtige Wirtschaftsdaten, es gab das BIP in Großbritannien, das kam genau rein wie erwartet, Wachstum 0,2%. Es gab die Verbraucherpreise in Deutschland 1,6% für den September und auf Monatssicht 0,0% und dann gab es die Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten. Stillstand auf Monatssicht, aber im Jahresvergleich ein leichter Abtick, was die Prognose angeht, aber abgekühlt zum Vormonat, der auf 1,9% nach oben revidiert wurde und die Erzeugerpreise auf Jahressicht wurden heute gemeldet mit 1,8%. Ich würde es zusammenfassend hier beschreiben, das war die Woche, die jetzt vor allen Dingen im Zeichen der Inflationsdaten stand. Ein bisschen Fokus vor allen Dingen auf die Energiepreise, wenn die stark anziehen sollten, haben wir gegebenenfalls das Thema Inflation auf dem Schirm zu behalten, vor allen Dingen in der Kernrate. Ansonsten sind die Inflationsdaten durchaus vernünftig reingekommen, die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise heute auch eher problemlos. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf die kommende Woche, die wird allerdings in erster Linie spannend aus Sicht der Berichtssaison und hier schon mal direkt natürlich die Einladung am Sonntag fürs Marktbriefing und auch fürs Big Tech Update. Beide Videos werden prall gefüllt sein mit wichtigen Chartanalysen, aber vor allen Dingen auch mit vielen, vielen Makrodaten und Grafiken und da werden wir uns die aktuelle Marktsituation mal ganz genau anschauen und um das heutige Video auch ein bisschen mehr Reichweite zu verpassen, wünsche ich mir jetzt schon mal von jedem von euch, wenn euch das Video bislang Mehrwert bietet, einen Daumen nach oben und auch sehr, sehr gerne einen Kommentar und das Video, welche Aktien wünscht ihr euch am Wochenende in den beiden Aktienvideos und sehr, sehr gerne natürlich auch 10xTrading, den Kanal abonnieren. Nächste Woche kriegen wir die ZDW-Konjunkturerwartung in Deutschland, die wird mit einer Prognose über dem Vormonat erwartet, 3,6 war der Vormonat, 8 ist die Erwartung jetzt für kommende Woche, die Verbraucherpreise in Großbritannien, die Verbraucherpreise in der Eurozone, es gibt kommende Woche die Zinsentscheidung der EZB und der Markt geht von einem 25 Basispunkte Zinssenkungsschritt an, der aber mehr oder weniger auch bereits angekündigt ist von der EZB. Es gibt die Einzelhandelsumsätze auch am Donnerstag, es gibt den Filifed Herstellungsindex am Donnerstag, es gibt natürlich wieder die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hier ohne Prognose, auch interessant, bin ich gespannt, wann die Prognose hier reinkommt. Und am Freitag, wichtig, Bruttoinlandsprodukt in China fürs dritte Quartal, da müssen wir mal ganz genau hinschauen und jetzt am Wochenende sind auch Aussagen aus China, beziehungsweise sind Termine aus China im Kalender drin. Mal sehen, ob es da möglicherweise schon wieder die ersten Ankündigungen gibt für das, was der Markt aktuell sehen möchte in China und das ist natürlich die Bazooka, das sind weitere Stimulus-Pakete. Damit kommen wir zu den wichtigsten Charts des Tages für die vollständige Marktanalyse, kommt natürlich wie immer auf den Discord, werdet 10x-Member über 1100 Mitglieder, stoßt zu unserer ständig wachsenden Community hinzu und kommt natürlich auch in die sehr, sehr aktiven Chats ab 4,99 Euro im Monat geht's los, Link in der Videobeschreibung. Wir beginnen mit WTI Crude Oil, hier sehen wir eine milde Konsolidierung. Ich muss sagen, das ist genau das, was sich die Bullen im Prinzip hier wünschen, nach dem Impuls, dem Rücksetzer-Support hat man perfekt auf dem Schirm, auch täglich in der Analyse natürlich der weitere Impuls und jetzt hier genau in der Widerstandszone unter dem 61er-Fib eine milde Konsolidierung. Primärszenario ist hier für mich, dass wir zumindest noch die Zone nochmal sehen um die 200-Tage-Linie, das sind 77 bis 77,60 Dollar, schließe aber auch nicht aus, dass wir hier nochmal ein neues, höheres Hoch anlaufen zwischen 80 und 82 US-Dollar und die Bullen, die Ölbullen wollen aktuell keine Kurse mehr sehen unter 73 US-Dollar, vor allen Dingen in die 50-Tage-Linie bei 72,60 Dollar, die empfinde ich aktuell als durchaus kritisch. Wenn das kommen sollte, dann ist, denke ich mal, das Top eher drauf und dann sieht man einen deutlichen Rücklauf beim Ölpreis, aber im Moment vor allen Dingen auch, solange dieser Aufwärtstrend intakt bleibt, hat Öl durchaus mehr Aufwärtspotenzial und das ist auch, wir haben es gerade angesprochen, eben gerade, Stichwort Energiepreise, das muss man natürlich auch so ein wenig mit Vorsicht genießen im Hinblick auf das Thema Inflation. Damit kommen wir direkt zum Goldpreis und da sehen wir eine starke Rallye-Support, haben wir zuletzt angesprochen, 2.600 US-Dollar, da muss er erstmal drunter, um hier dieses Bad-Pattern auch zu vervollständigen, immer der Bereich des 61er-Retracements in so einer potenziellen Harmonik, ein wichtiger Gewinn-Mitnahmebereich, das sind genau diese 2.600 Dollar, haben da nicht mal komplett abgeholt, 2.603 war das tief beim Goldpreis und seitdem sehen wir jetzt eine starke Rallye-Abwärtstrend respektieren, da sind wir nämlich jetzt direkt dran, Allzeithoch, tieferes Hoch. Mal sehen, ob es hier ein weiteres tieferes Hoch wird, der hat hier auch diese Welle D noch nicht invalidiert. Erst wenn wir wirklich aus dem C hier ausbrechen, im Extremfall kann er immer noch von dem aktuellen Standpunkt hier das zeigen, aber die Bullen haben jetzt hier ein deutliches Zeichen gesetzt, vor allen Dingen über den 2.624, auch die Aussage in den Videos und im Discord ist Gold potenziell wieder bullish und ein Backtest von diesem Level könnte sogar aus aktueller Sicht ein Nachkaufzeitpunkt sein. Jetzt hier so direkt unterm Widerstand wäre ich eher vorsichtig, vor allen Dingen unter diesem C, wenn wir neue Allzeithochs auf dem Schirm haben, dann dürfte die Zone für den Goldpreis liegen im Bereich zwischen 2.700 und 2.735, wir sind aber jetzt hier aus Sicht der Downzeit seit dem Allzeithoch auch genau am 61er, Fibonacci jetzt hier direkt unterm Abwärtstrend, kurzfristig eher vorsichtig. Damit kommen wir zum Bitcoin, heute ein starkes Plus von 3,5% und im Prinzip könnte ich die Projektion, über die wir uns seit Mitte September unterhalten haben, jetzt wieder reaktivieren, ich lasse sie aber draußen, weil wir hier zuletzt über den Doppelboden gesprochen haben bei den 60.000 und das ist jetzt, wenn man so möchte, unsere neue Projektion. Wir haben hier ein ganz klares Swing hoch, unser X, wir haben das erste Tief, das A, wir haben das zweite Tief, das ist hier ein 70er Retracement, wir hatten hier ein 119er auf der C, allerdings keine Schlusskurse, nicht mal im 8-Stunden-Chart unter dem 88er Retracement, ich finde das brutal spannend und das Target, was er uns jetzt hier anzeigt, ist zumindest mal nochmal die Rallye in den Bereich um die 64.000, 65.000. Wenn man hier sagt, ja über dem 70er Retracement, in der Regel auch gerne neue Höchststände, dann sehen wir das 127er aus Sicht des Hochs, was wir Ende September hatten, sogar im Bereich um die 68.000 und wenn wir diese gelbe Abwärtstrendlinie rausnehmen, dann ist für mich auch durchaus allzeithochs freigeschaltet beim Bitcoin. Aber wir schauen jetzt ganz der Reihe nach und zwar ist hier dieser Abwärtstrend wichtig, denn wenn das hier ein Harmonic Pattern wird, dann müssen wir die Neckline rausnehmen und das ist genau auch der Breakout über die 200-Tage-Linie, neue Projektion beim Bitcoin, keine Kurse unter 60.000, wir hatten den Fake drunter, wir haben das Tiefpotentiell drin, auch mit etwas erhöhtem Volumen, war dieser Flasch gestern in dem Bereich um die 59.000, er wurde gekauft für den Moment und wenn es das Tief war, dann schafft es der Bitcoin diesmal über die 200-Tage-Linie auszubrechen, über die 65.000 auszubrechen und dann sind wir trotzdem auf dem Weg zu neuen Allzeithochs und ich spare mir die Bauchschmerzen, weil ich den Besen nicht essen muss. Und als kleine Bestätigung, ob Krypto potenziell bullish werden könnte, schau mal auch in Ethereum rein, hier haben wir ein kleines Harmonic Pattern, wir sehen hier einen schönen Aufwärtstrend, wir sehen, dass wir einen kleinen Fake hatten unter die 2420, das passt ja auch so ein bisschen zum Bitcoin mit dem Fake unter die 60.000, vor allen Dingen sehen wir hier bei Ethereum, dass dieser Aufwärtstrend seit den Tiefs hier genau angetestet wurde, dass hier Ethereum jetzt potenziell gerade dabei ist, auch aus der Neckline auszubrechen, jetzt wirklich vor allen Dingen nach diesem doppelten potenziellen Fake drunter, keine Kurse mehr unter 2420 US-Dollar und der muss hier über die 2500 springen, der muss natürlich hier das B rausnehmen, ganz genau sind das 2520, dann sind wir auch wieder über der 50- und 20-Tage-Linie und wie gesagt, insgesamt sind wir ohnehin auf diesem Weg eher unterwegs, Doppelboden, 88er Retracement, das wären so 3200 bis 3400, dafür jetzt aber, muss wirklich sagen, das ist erbärmlich, die Preis-Action bei Ethereum, dafür jetzt aber endlich hier mal Druck drauf auf den Kessel und vor allen Dingen erst aus den 25, bitte aus den 27, 28 ausbrechen und dann reden wir über 3000, dort ist die 200-Tage-Linie und wenn es hier die große Harmonic wird, dann 32 bis 3400 und dabei muss man aber auch ganz klar dazu sagen, dass wir so ein bisschen unseren Blick haben müssen auf dem Dollar, wir sehen jetzt, ich würde jetzt hier nicht die große Korrelation reinbauen, aber wir sehen einen milden Pullback bei Dollar und sofort kommen die Risiko-Assets und sagen, boah, der Dollar-Downside, da können wir ein bisschen feiern, aber wir sind hier nach wie vor sehr, sehr hoch unterwegs und man muss auch sagen, der Dollar hat jederzeit auch noch die Chance, die 200-Tage-Linie hier oben abzuholen, dort sehen wir aber multiplen Widerstand, einmal ist hier dann der, hier ist das 50er Retracement in etwa unserer Zielzone, das 61er ist dann hier oben, das ist eine sehr, sehr wichtige Widerstandszone, auch horizontal, ganz viele Levels, der Dollar nähert sich hier dem Endgegner, was Widerstand angeht und auch kommen wir hier durchaus ein bisschen heiß gelaufen an, ich rechne hier mit einem stärkeren Pullback, das kann kurzfristig nochmal schmerzhaft werden, aber dann dürft ihr mal so ein Zacken zur Downside reinkommen, was allerdings übergeordnet kritisch wäre für den Markt, das muss man wirklich dazu sagen, ja, der Dollar ist auch stark gegen den Yen, kann potenziell bedeuten, Carry Trade, aber generell ist ein sehr, sehr starker Dollar eher auch kritisch für Gold, für Krypto und für die Risiko-Assets und so ein Breakout über die 200-Tage-Linie, wenn das wirklich ein echter Breakout werden sollte, den würde ich sehr, sehr kritisch beobachten, aber jetzt für den Moment kommt der Dollar langsam, aber sicher am wichtigen Widerstand an, wir sehen es auf der linken Seite eindeutig und das kann bedeuten, wenn es dann hier vor allen Dingen einen schärferen Pullback gibt, dass der Markt dann wirklich so ein bisschen in den Party-Modus geht und vor allen Dingen muss man es auch so ein bisschen kritisch betrachten, weil die Yields eben auch sehr, sehr stark sind aktuell nach wie vor deutlich über den 4%, keine neuen Verlaufs, hochs heute kann heißen, dass es das Top ist bei den Yields, wir haben gestern auch über TLT gesprochen, den ETF auf den langlaufenden US-Staatsanleihen, was ich hier allerdings noch überhaupt nicht sehe, ist jegliche bearische Divergenz im 8-Stunden-Chart, wir haben höhere Kurse bei mehr Volumen und vor allen Dingen auch, Verzeihung, bei mehr Momentum auch im RSI und im MACD, darauf wollte ich hinaus, also wir haben jetzt hier noch keine Erschöpfung in dieser Zinsrallye aktuell drin, die könnte kommen, wenn wir jetzt ein Pullback sehen und dann nochmal ein höheres Hoch bei der 200-Tage-Linie und wir dann deutlich weniger bullisches Momentum sehen, dann würde ich mich sagen trauen, naja, hier bei der 200-Tage-Linie bei 4,18 bis 4,2% ist potenziell wirklich ein Zinstop drauf, SKS. Zukunftsmusik, wir beobachten genau, was wir sehen und das zeigt uns an, dass derzeit noch ein Momentum drauf ist bei den Zinsen und das ähnlich wie beim Dollar hier noch ein bisschen Aufwärtspotenzial ist in Richtung 200-Tage-Linie, wenn hier allerdings Dixie und Tenje gleichzeitig aus der 200-Tage-Linie ausbrechen sollten und das mehr zur Upside wird, dann dürfte der Markt durchaus ein Problem bekommen. Und damit kommen wir zu den Aktienmärkten und zum aktuell für mich mit wichtigsten Charts, wir kommen zum Volatilitätsindex und der bricht aktuell so ein bisschen unter unseren Party-Starter-Trend und wir haben darüber gesprochen, wenn dieser Aufwärts-Trend hier beim Wix bricht, wenn er unter die 20,5 fällt, dann könnte so ein bisschen die Party starten und wir sehen es jetzt, dass die Nebenwerte stark sind, dass die Stongs teilweise stark sind, dass Krypto stark ist, die lieben fallende Volatilität, aber die Volatilität muss jetzt hier auch wirklich fallen. Es gab immer wieder diese kleinen Fakedowns unter wichtige Trends, sowas ähnliches gab es hier auch, bevor der Wix sich richtig aufgeschaukelt hat, gab es einen großen Fakedown, danach gab es einen großen Volatilitätsimpuls. Richtig ordentliche Downside, ein bisschen Wix Crush Friday sehen wir, also dass der Freitag gerne dafür genutzt wird, um die Volatilität nach unten zu drücken, aber aus diesem nach unten drücken muss wirklich, entschuldige den Ausdruck, aber ein nach unten prügeln werden. Ich möchte sehen, dass der Markt hier richtig draufhaut auf die Volatilität und zwar deutlich in dem Bereich unter 20, 19 und vor allen Dingen auch unter die 18. Ich will, dass alle gleitenden Durchschnitte brechen und dass der Wix hier wirklich so ein bisschen in den Freefall-Modus reingeht und das kann dann unser Setup sein, dass sich der Markt eben noch die 6k abholt beim S&P und dass das dann eben begleitet ist von der typischen, ich sage jetzt mal Endrallye, wo dann auch die Nebenwerte, wo Cannabis fliegt, wo abholt, dass das dann auch die alles fliegt, was auch so ein bisschen aus der zweiten Reihe kommt und das kann dann übergeordnet für uns eben das Signal sein, dass wir am Top unseres Trendkanals, den wir uns gleich anschauen werden, beim S&P Gewinne mitnehmen können und uns auf eine kleine Korrektur, auf einen Pullback vorbereiten. Jetzt ist aktuell wichtig, der Wix unter 20,5 und vor allen Dingen unter 21,3 hat er mehr Downside und das kann dem Markt im aktuellen Umfeld durchaus so einen kleinen Melt-Up erlauben. Und damit kommen wir zum S&P 500 und ich muss echt sagen, Allzeithochs und Kursziel abgeholt. 5.820 Punkte, das ist der Beginn von unserer Zielzone. Ab hier beginne ich jetzt auch ein bisschen stärker Gewinne mitzunehmen im Depot. Ich sage aber auch dazu, es ist erst der Beginn unserer Zielzone und die erstreckt sich noch bis 5.909 und 6.027. Ich zoome jetzt mal raus und ich sage auch ganz klar dazu, diesen Trendkanal respektiere ich. Warum? Weil diesen Trendkanal der Markt respektiert. Am Top eindeutige Berührungspunkte. Am Top haben wir einmal den kleinen Dip im April diesen Jahres getriggert. Begonnen haben wir ihn am Tief der Oktoberkorrektur 2023. Wir haben den Crash getriggert, wenn man so möchte, im Juli mit dem Top dieses Trendkanals. Und meiner Meinung nach ist hier eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir hier oben ankommen, wir wieder eine Korrektur aktivieren. Ob es nur der Pullback wird auf die Herzlinie, ob es nur der Pullback wird auf die 5.750 oder ob es eine Korrektur wird in dem Bereich um die 5.400, lasse ich komplett auf mich zukommen. Ich shorte jetzt hier auch nicht rein in den Markt. Ich bin hier völlig entspannt. Ich habe auch in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass ich so aufgestellt bin aktuell, dass mir genau diese Rallye noch schmeckt im Depot. So, dass ich allerdings auch, wenn es den Pullback gegeben hätte, keine Bauchschmerzen gehabt hätte, sondern nicht genau weiß, wo ich nachkaufen will. Und jetzt ist es eben potenziell das bullische Szenario, was uns der Markt zeigt. Gestern im Video und auch in der Analyse 10x Daily hatte ich die 5.765 Punkte als neuen Support markiert. Und jetzt schaut euch mal an, wir hatten genau die Punktlandung auf diesem Level und von hier zieht der Markt an. Wir haben jetzt noch nicht ganz das 127er abgeholt, das sind genau 5.825, aber man muss ganz klar dazu sagen, aus dieser Korrektur, die wir im Juli gesehen hatten, dieser Crash dann eben auch Anfang August, hier oben ist jetzt die Extension Zielzone 127, 141, 161, 5.828, 5.909 und 6.027 Punkte. Da kann man sagen, Gratulation, wer dabei ist, wer die Rallye mitnimmt. Frische Long-Einstiege sind hier durchaus kritisch, das muss man ganz klar dazu sagen. Wer es ganz kurzfristig wissen will, der hat hier die 5.765 auf dem Schirm als potenziellen Support und spielt das dann hier in einem kleinen Setup. CRV ist nicht schlecht, aber dann muss das durchziehen meiner Meinung nach bis hier oben und sich auch im Klaren sein, dass wenn hier so eine 20-Tage-Linie brechen sollte, dass dann hier kein 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis kurzfristig drunter mehr gegeben ist. Also wenn dann auf Trading-Sicht ganz kurzfristig und ansonsten wartet man meiner Meinung nach ab, bis sich der Markt wieder in gewisser Maßen abkühlt. Und wie gesagt, umso weiter wir in diese Zielzone jetzt emporsteigen, umso schärfer werden so ein bisschen meine Gewinnmitnahmen. Und hier, wenn wir dann was bekommen, wie wir es hier gesehen haben am Top, dass sich der Markt hier so ein bisschen festfrisst an dieser Trendlinie, wir dann hier bearische Divergenzen aufbauen, wenn das sowas in die Richtung wird, vielleicht so ein Zacken, eine Art Distribution, dann könnte man hier oben gegebenenfalls auch, um sich zu hatchen, über eine kleine Short-Position nachdenken. Wir kommen zum Nasdaq und hier brodelt's und hier köchelt's. Und das muss man mal so ein bisschen vergleichen potenziell. Und zwar unter einem möglichen Szenario, dass wir so vor einer Endphase, vor einem Melt-Up stehen, vor einer Korrektur. Und zwar möchte ich das mal mit diesem Bereich hier vergleichen. Auch die Levels sind ähnlich. Damals haben wir ein bisschen gebraucht, haben uns ein bisschen geziert, aus den 20.000 Punkten auszubrechen. Als es gelungen ist, gab's diesen relativ scharfen Melt-Up, der dann aber auch das Ende der Party war, zumindest mal kurzfristig. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Etwas höher, aber ähnlich von der Struktur. Damals auch eine Harmonic-Bewegung, die nach oben dann ein bisschen eskaliert ist. Dieses Mal eine Harmonic-Bewegung, die möglicherweise kurz davor ist, nach oben so ein bisschen zu eskalieren. Wir gehen hier am 88er Fibonacci seitwärts, seit dem Allzeit hoch. Das ist gefährlich für die Bären, das muss man wirklich sagen. Die spielen hier buchstäblich mit dem Feuer. Haben aber aktuell noch den Trumpf auf ihrer Seite, weil wir noch unter den 20.334 sind. Sind wir drüber, wird's problematisch. Dann gehen wir in Richtung Allzeit hoch, dann klopfen wir mal an, sagen, hallo, ist jemand zu Hause? Wenn hier niemand zu Hause ist, der richtig drauf drückt, dann gibt's den Melt-Up meiner Meinung nach. Und ich trau dem Nasdaq auf jeden Fall, das sage ich aber wirklich ganz deutlich, der Bereich im S&P 500, wo wir Richtung 6.000 Punkte laufen, das ist für mich ein Bereich, wo der Nasdaq im Extremfall die 21.600 voll machen kann. Das ist eine relativ kleine, überschaubare Rallye beim S&P. Ich habe aber durchaus auf dem Schirm, dass wenn hier der Breakout stattfindet und wenn hier wirklich die Fetzen fliegen, vor allen Dingen, wenn wir neue Allzeithochs machen, dann schmilzt uns der hier nach oben und dann schließen wir hier dieses Butterfly-Setup ab, über das wir reden im Prinzip seit dem Tief im September. Hab mal den Nasdaq auf dem Schirm und eben möglicherweise, dass wir wirklich in so ein Risk-On-Finale reingehen und dann wäre auch durchaus denkbar für mich, dass Tech eben so ein bisschen outperformt. Über 20.400 brandgefährlich für die Bären, über 20.700 fliegen hier die Fetzen und dann ist die Zielzone für mich bei 21.600. Und was halt auch obligatorisch ist hier im Chart, keine Kurse jetzt kurzfristig mehr. Ansonsten ist es hier dann durchaus auch mal ein ganz klarer Widerstand. Keine Kurse für mich unter den 20.000, ganz genau nicht mehr unter der 20-Tage-Linie, die zuletzt gehalten hat. Die ist bei 19.888. Wir kommen zum Dow Jones und auch hier nur kurz das Update. Wir hatten es im Discord perfekt. Auf dem Schirm die Supportzone bei 41.800, Widerstandszone bei 42.300 aufgesetzt als Support. Projektion vervollständigt in Richtung Allzeithochs unterwegs. Das Ziel ist bei 43.200, aber so langsam aber sicher im Dow durchaus auch mal hier die erste eine oder andere Gewinnmitnahme angezeigt. Wenn wir das Ganze hier als Range sehen, dann muss man den Breakout hier oben auch in etwa auf dem Schirm haben. Also so alles, was dann in Richtung 43 bis 43.2 geht, hat meiner Meinung nach zumindest mal eine gewisse Konsolidierung nach sich. Und solange man aber auch ganz klar dazu sagen kann, wenn er sich hier über 42.300 halten sollte und solange auch dieser Aufwärtstrend intakt ist, ist im großen Bild alles in Ordnung. Nur wer hier absolut aggressiv tradet, der hat es auf dem Schirm, dass die 43.200 der erste stärkere, 43.000 bis 43.200 der erste stärkere Widerstand hier sind. Und damit kommen wir zum Russell 2000. Und das ist so ein bisschen mein kleiner Liebling geworden, weil er auch sehr, sehr zickig teilweise ist, aber dann doch, doch, doch macht, was man auf dem Schirm hat. Nämlich hier diese Bullflag. Die hatten wir mal im Video vor einigen Tagen. War als zuletzt nicht jeden Tag mehr dabei, aber im Discord ist er natürlich jeden Tag mit im Video dabei. Der Russell 2000, hier dieser kleine Doppelboden auf der 50-Tage-Linie. Das war gestern der Fake-Down. Grundsätzlich war meine Aussage, ich will ihn nicht unter 2180 sehen und wir müssen aus der Bullflag ausbrechen. Und das zeigt er uns heute. Jetzt ist meine Projektion für den Russell. Alles, was über 2.190 Punkt ist, diesen Pullback darf er uns zeigen, hat für mich dann zur Folge, dass wir hier auch aus den 2.240 ausbrechen. Und über 2.240 dürften auch bei den Nebenwerten durchaus die Fetzen pflegen. Man muss es auf dem Schirm haben. Hier vor allen Dingen dieses Zwischenhoch, das ist nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Die 2.280. Aber auch hier, muss ich sagen, ist mein Ziel durchaus so ein kleiner Melt-up. Und lass den Russell 2000 hier mal ausbrechen und so ein bisschen wütend werden auch auf die Lehrverkäufer, die da jetzt so stark draufgedrückt haben. Vor allen Dingen dann auch im Bereich der Nebenwerte. Dann kann es hier durchaus explosiv werden. Über 2.240 ist jetzt hier der nächste Buy-Trigger für mich, die nächste Upside. Dann müssen wir vorsichtig werden zwischen 2.260 und 70 und über 2.280 vor allen Dingen. Das ist dann hier dieses Zwischenhoch. Dann gehen wir in Richtung neue 52 Wochen hoch. Und die Zielzone ist tatsächlich, ich bin gespannt, ob es sich ausspielt, hier oben im Bereich von 2.400 Punkten und sogar etwas drüber. Und was ich natürlich nicht mehr sehen möchte beim Russell jetzt hier, falls das ein Fake-Out ist und er bricht uns unter die 2.160 und vor allen Dingen unter die 50-Tage-Linie, dann dürft es hier scheppern. Die 200-Tage-Linie wäre dann erst bei 2.080 in etwa. Wir kommen zum DAX-Kursziel abgeholt und zwar doppelt. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, hier dieser Doppelboden bei den 18.900. Das kann der Entry sein. Dann haben wir hier unsere kleine Harmonic eingezeichnet. Vor allen Dingen auch der Breakout aus der Neckline war der erste Trigger. Impulsiv ausgebrochen. Haben wir genau in den letzten Tagen drüber gesprochen. Heute im Discord für die Mitglieder habe ich diese Abwärtstrend-Linie eingezeichnet. Vor allen Dingen in Kurse über 19.250 als Bullish bezeichnet und auch hier wieder impulsiv ausgebrochen. Das aktuelle Hoch ist hier genau ein 83er-Retrace. Wer es jetzt ganz genau wissen will, das genaue Kursziel dieses Patterns wäre hier im Bereich von den 19.420. Aber wenn wir es aus Sicht des besprochenen Doppelbodeneinstiegs sehen, dann sind hier die ersten Gewinnmitnahmen angezeigt. Aber auch wichtig, am Ende von so einer Harmonic musst du halt immer schauen, was er macht. Und wenn er jetzt hier, nehmen wir mal diesen Trend hier raus, der hat sich ja super ausgespielt, den braucht es nicht mehr. Aber wenn er jetzt hier so eine kleine Flag dranhängt, na ja, warum denn bitte nicht mit der Pullback? Alles, was sich jetzt über den 19.230 abspielt, das ist der neue Support, hat hier zur Folge, dass der DAX dann wunderschön, vor allen Dingen, solange, das ist eigentlich der wichtige Trigger, das ist der Aufwärtstrend seit dem Tief im August, solange der hält, Kursziel 19.7 bis 20.1, so einfach können wir es uns eigentlich auch machen. Aber wer es hier so ein bisschen kleiner sehen will, er hat jetzt hier bei 19.4 den Widerstand auf dem Schirm und der nächste potenzielle Nachkauf könnte der Backtest sein, der 19.250 in etwa. Wir kommen zum Hang Seng Index und ich muss weiterhin dazu sagen, ich bin hier noch nicht so wirklich überzeugt. Wir hatten den Flash Crash, wir hatten jetzt auch durchaus einen stärkeren Dip bei, aber hier ist halt noch nichts impulsiv beim Hang Seng Index und das muss man jetzt auch einfach respektieren. Ich zeichne jetzt hier eine Flag drauf und ich bin gespannt, was passiert zur Downside, meine Nachkaufzone in China, ich habe es aber auch noch im Depot, ich habe hier oben zwar Gewinne mitgenommen, aber ich habe meine Position in diesem Bereich hier eingesammelt, seit 2023 im Prinzip, würde aber nochmal ein bisschen nachkaufen, nachschärfen das Schwert, wenn wir die 20.000 sehen bis 19.500 drüber, mache ich nichts, sage ich auch ganz klar dazu, sage aber auch dazu, wer gar nichts hat und wer die übertriebene China FOMO hat, lieber akkumuliert man hier diese Zone so ein bisschen und schaut sich dann das Doppeltop an, als dass man jetzt hier nochmal reingezogen wird, dass einen der Markt wieder buchstäblich frisst, nur dass man dann hier oben komplett abgeladen wird vom Markt. Also habt die Zone durchaus mal auf dem Schirm und am Wochenende sind ein paar Termine in China angesetzt. Das kann auch dann was ganz Hinterhältiges werden, dass wir dann beispielsweise am Wochenende irgendeine Aussage sehen und dann nächste Woche hier oben öffnen und dann geht die Reise weiter. Also bevor die ganz große China FOMO ausbricht, wenn der Markt dann doch wieder diese 7-8% nach oben drauf packt hier in diese Zone, dann schaut man sich diesen Bereich hier an, zwischen den 21.200 und den 20.400, 500. Auch die aktuelle Zone kann interessant sein, vor allen Dingen bei gewissen Einzelaktien. Meine Nachkaufzone wäre eher so dieses Impuls, wackelig Impuls und hier greife ich dann nochmal etwas schärfer zu. Wir kommen zu den Einzelaktien und wie immer beginnen wir mit Tesla und da war unsere Aussage zuletzt, unter den 235 wird es rutschig und unter den 235 wurde es rutschig und zwar straight runter in unsere nächste Zone. Und zwar testen wir jetzt potenziell den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch gerade als Support. Gleichzeitig kommt jetzt hier auch der Aufwärtstrend seit dem April tief. Gerade diese aktuellen Bereiche um die 220 bis 214, die müssen wir uns jetzt anschauen, ob das halten kann. Drunter muss ich aber auch sagen, wir haben es zuletzt gesprochen, das ist jetzt hier diese Phase, wo der Markt sich gegebenenfalls die 200-Tage-Linie anschaut und wenn es dann hier, vor ein paar Tagen mal gesagt, kein Bock hier unten, dann kann es richtig ekelhaft werden bei Tesla und dann geht es hier in Richtung 180. Ich lese jetzt auch schon wieder, so ein bisschen gefällt es mir eigentlich ganz gut, die ersten Kommentare. Ja, das war eine Luftnummer, das geht hier alles total nach hinten los. Warten wir es mal ab. Hier oben war das Sentiment so, dass ich glaube bei der Umfrage, ich hatte eine Umfrage gemacht im Video, schreibt mir mal in die Kommentare, Tesla bald neue Anzeige. Ich würde sagen 90% von euch haben hier oben mit Ja geantwortet, wo ich gesagt habe, neue Allzeithochs, das war mir so ein bisschen ein Dorn im Auge. Jetzt würde mich mal interessieren, wie das aktuelle Sentiment ist bei Tesla. Seid ihr enttäuscht? War das gestern die absolute Lachnummer, was dort abgelaufen ist? Oder war das einfach nur mal demonstriert, was die Vision ist von Tesla und wo die Zukunft hingehen könnte? Ich rede natürlich vom Robo-Taxi-Event. Ich habe es mir nicht ganz angeschaut, ich habe es mir dann heute etwas intensiver nochmal angeschaut und man muss dazu sagen, das war schon auch ganz gut beschrieben dann von den Analysten in Amerika und das war auch so mein erster Eindruck. Das war so ganz viel, boah, brutal, was alles möglich sein könnte. Eines Tages werden wir, aber es war ganz, ganz wenig. Wir machen jetzt und hier und das hat der Markt halt einfach dann durchaus ein bisschen verschnupft aufgenommen. Ich hatte ja auch zuletzt gesagt, wir sind technisch eher, Verzeihung, hoch bei Tesla und es ist mir auch immer so ein bisschen ein Dorn im Auge vor solchen Events und jetzt gibt es halt eben die einen auf den Deckel, weil das einfach gestern zwar faszinierend war, was möglich sein wird, auch das Robo-Taxi, die ganze Geschichte, da waren ja gut zwei Dutzend Robo-Taxis da, die Leute konnten dann auch fahren damit. Dieses Event hat ja auf einem gigantischen Feld mehr oder weniger stattgefunden. Die Szenerie war auch wirklich beeindruckend, das war auch ganz cool gemacht, muss ich sagen, aber es hat dem Markt halt fürs Jetzt und Hier nicht gefallen und was vor allen Dingen nicht gefallen hat, war, dass kein Wort zu Model 2 gekommen ist, was ja dann, wenn dann so ein bisschen der Trigger gewesen wäre, wo man dann auch sagen könnte, hey, hier irgendwann in ein paar Jahren gibt es einen Roboter, der macht euch das Frühstück und ihr müsst ja nichts mehr machen, außer einsteigen in den Taxi und einschlafen und ihr kommt an eurem Ort an. Aber jetzt und hier gibt es das Model 2 und das wird massiv unsere Absätze pushen und dazu hat man eben nichts gesagt und deswegen ist jetzt auch nicht verwunderlich, dass Tesla ein bisschen unter Druck gerät. Wir sehen jetzt hier den Backtest-Potentiell der Levels, um es abzuschließen zwischen 220 und 205. Gegebenenfalls packe ich sie morgen nochmal ins Aktienvideo. Am Sonntag ist sie im Big Tech Update auf jeden Fall mit dabei. Mal schauen, wo wir schließen. Das kann jetzt hier halten, das möchte ich ganz klar dazu sagen. Wichtig ist aber, wenn es nicht hält und vor allen Dingen, wenn die 200-Tage-Linie dann nicht aggressiv gekauft wird, dann müssen wir uns potenziell auf die Levels einstellen, sogar im Bereich zwischen 180, gegebenenfalls sogar richtig harter Flasch in Richtung der 160. Wir kommen zu Nvidia und da müssen wir jetzt aktuell so ein bisschen aufpassen, gegebenenfalls auch gleich mit dem Nasdaq natürlich das Ganze beobachten. Die 20.300 bis 400 beim Nasdaq sind meiner Meinung nach gleichbedeutend mit den 135 bei Nvidia und bei beiden Charts ist es auch das 88er Retracement seit den Allzeithoch. Das passt hier perfekt zusammen. Bricht Nvidia aus den 135 aus, schmilzt uns Nvidia meiner Meinung nach hoch in Richtung 155 bis 162. neue Allzeithochs schafft es Nvidia nicht, schafft es meiner Meinung nach auch der Nasdaq nicht. Also passt hier auf und setzt euch Preissalarme bei über 135. Das ist der Partystarter bei Nvidia. 141 sind das alte Allzeithoch. Was wir aktuell sehen, ist, dass sich Nvidia zwischen den Levels ganz gerne eine kleine Range baut. Die nächste Range, die ich sehe, ist dann zwischen 141 und 135. Über 141 geht die Post ab. Dann dürfte der Nasdaq eben auch zeigen, was in ihm steckt. Aktuell muss man aber ganz klar sagen, Nvidia ist hier unterm Widerstand und was ich jetzt eher ungern sehen würde, das sind wahrscheinlich dann auch, vermutlich um beim Nasdaq zu bleiben, diese 130. Würde es mich nicht wundern, wenn hier gleichzeitig, falls Nvidia die 130 bricht, der Nasdaq zurückfällt unter die 20.000. Wir kommen zu PayPal und hier sehen wir einen weiteren Tag unter den 82 US-Dollar und solange diese 82 US-Dollar Widerstand bleiben, muss man auch bei PayPal potenziell eine Korrektur auf dem Schirm haben und zwar gegebenenfalls auch eine Korrektur, die diesen Trend bricht, gegebenenfalls auch eine Korrektur, die PayPal nochmal zurückführt in dem Bereich 70, im Extremfall sogar drunter, ist aktuell noch nicht der Fall. Was aktuell allerdings der Fall ist, dass wir hier von den 82 einen klaren Impuls gesehen haben zur Downside und das Ganze jetzt hier zwar auf dem 20er-Schnitt im 8-Stunden-Chart gefangen wurde, aber so ein bisschen wackelig hochkommt. Also dieser Bewegungsbereich oder diese Zone hier unten nochmal in dem 77 US-Dollar-Bereich, der darf uns überhaupt nicht schocken und was uns auch nicht schocken dürfte, nur dass es mal angesprochen ist, aber da gehen noch einige Tage, gegebenenfalls Wochen ins Land, linke Schulter, Kopf, rechte Schulter, müssen wir vorsichtig sein, alles was hier in Richtung der 77 US-Dollar läuft, muss wirklich stark gekauft werden bei PayPal und was hier auf jeden Fall im Chart bleibt und wir verfolgen die Aktie jetzt seit über einem Jahr zusammen, die 82 US-Dollar sind ganz, ganz, ganz wichtiger Widerstand, jegliche Korrektur von hier darf uns nicht schockieren, aber wenn wir ausbrechen, dann gehen wir in Richtung der 100 US-Dollar und deswegen musst du hier oben dein Chance-Risiko-Verhältnis anpassen bei PayPal, da führt kein Weg dran vorbei, vor allen Dingen, wer ultra hart investiert ist und wer hier wirklich sehr, sehr zäh war und jetzt auf dicken Gewinnen sitzt, hab's mal so ein bisschen auf dem Schirm, ich sag jetzt mal so ganz dezent an Gewinnmitnahmen, ist dann einfach am Ende auch noch niemand pleite gegangen, obwohl man ganz klar dazu sagen muss, die wichtigen Supports, die sind hier noch nicht mal ansatzweise angetestet worden, die Make-or-Break-Support-Zone sehe ich zwischen 77 und etwa 75. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast, schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading, du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading, ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.